Hallo meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Gestern habe ich die letzte Aufnahme beendet und somit beginnt jetzt eine neue Aufnahme. Mit aber einem kleinen Unterschied. Und zwar... Hör mal, der Wein, den du mir gebracht hast, war furchtbar. Mir schlecht. Aber du hast doch bestimmt etwas stärkeres, oder? Etwas wie, hm, Kognak. Kognak? Das habe ich nicht, tut mir leid. Pah, aber du wirst deinem Freund bestimmt helfen und welchen suchen, oder? Das Problem ist, dass niemand den verkauft und ich nicht weiß, wie man ihn herstellt. Wie viele Enttäuschungen passen in eine einzige Minute? Aber das ist in Ordnung. Ich lasse mir etwas einfallen. Mhm. So. Dann reden wir doch nochmal mit Gary. Denn wir haben... Oder vielmehr, ich habe jetzt das Stranger Sins. DLC. Mal gucken, was das so bringt. Irgendwelche Ideen, wie ich an Kognak komme. Oh ja, du musst einfach nur ein altes Fass ausgraben. Kannst du mir etwas mehr dazu erzählen? Das gehörte dem alten Friedhofswärter. Wir haben die ganze Zeit zusammen gesoffen. Wo soll ich genau suchen? Hm. Grabe Erdhügel zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus. Es ist nicht viel Kognak übrig, also sei leise. Warum soll ich denn... Warum soll ich das denn unbedingt machen? Sart! Weil ich wohl kaum mit meinen Zehen graben kann. Okay, okay. Aber danach erzähle ich dir etwas ganz Wichtiges. Mhm. Seltsam, seltsam, muss ich ja mal sagen. Aber naja, wir können ja jetzt... Oder wollten wir überhaupt noch was mit Schlange machen? Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Was haben wir denn gestern noch? Irgendwas mit Schlange war, glaube ich, noch. So. Zwischen dem Dorf und dem Erdhügel. Hier? Irgendwo sollen ja hier jetzt so Hügel sein, oder? Erdhügel zwischen Dorf und... Und so? Naja, irgendwo da soll es ja sein, ne? Aber wobei, das gehört ja jetzt schon zum Dorf, oder? So. Graben wir mal hier den Wald um. Oder? War das jetzt... War das die Sache? Also da ist das Dorf. Und hier ist ein Hügel, aber... Zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm. Ach, Dorf und Leuchtturm. Ich dachte Hügel. Na, okay. Dorf und Leuchtturm kriege ich hin. So. Das ist Cognac-Fass. Na, ich bin gespannt, was das bringt. Und ja, und das ist eben die Sache. Ich hab mir nämlich... Jetzt ist nämlich grad Mid-Week Madness bei mir gewesen. Das ist jetzt leider schon vorbei, weil die Folge ein bisschen später kommt. Und da war das DLC im Angebot. Und ich hab mir gedacht, ach komm, warum nicht? Mensch ins Kinder noch eins. Ist das hier das... Na, was könnte es sein? Rostige Axt. Okay. Das war's wohl dann doch nicht. Okay. Dann machen wir doch... Nein. Das hier. Ein Schädel. Na gut. Ist halt wieder eins zu viel, ne? Ach. Immer dasselbe. Ist das da noch was? Kann man das noch... Nee. Nee, ach. Mensch. So. Haben wir denn hier noch irgendwo so ein Loch? Welches wir ausgraben könnten? Nee, nicht wirklich, ne? Ist alles nicht sehr lochhaft hier. Schade. Aber was man hier machen könnte, wäre mal ein bisschen... Den Stuff weg. Weil das gibt nicht nur grüne Punkte. Nein, nein. Das gibt nämlich auch Holzstöckchen an einigen Stellen. Bin gespannt, ob ich das hier irgendwann nochmal verwenden darf. Pflanzen? Ach, ich kann hier auch pflanzen. Na, das ist ja schön. Der unökonomischste Punkt, wo man etwas pflanzen kann. Ever. Na gut, dann gucken wir mal woanders. Weil das scheint ja jetzt dann doch nicht der richtige Ort zu sein. Ähm. Hm. Ich meine, ich habe noch einen Schädel gefunden. Aber zum Glück spricht er nicht. Das wäre ja jetzt doch problematisch gewesen, wenn jetzt ein Gary auf einmal noch einen zweiten Kult... Obwohl, dann würden die vielleicht miteinander sprechen und dann würde er mich nicht zusammeln. Ja, gut. Kann man auch so sehen. Das... Ah, nee. Da ist auch noch ein Erdhügel. Aber das finde ich jetzt eigentlich schon nicht mehr... Oh, fünf Goldnuggets. Äh, Silbernuggets. Ah. Wir haben ein bisschen farbenlind geworden. Aber, okay. Wollten wir noch irgendwas von Schlange? Ich weiß es gerade nicht. Nee, eigentlich wollten wir nichts mehr von Schlange, oder? Ah. Hier. Das ist bestimmt... Nein. Das hier. Na komm. Ah. Oh, ich halte es nicht mehr. Aus... Wo ist mein Kognak? Schau mal. Das ist etwas Großes aus Metall. Heiliger Saat. Das kann doch nicht sein. Die archäologische Maschine des Friedhofswärters. Von deinem Freund? Der hat den Kognak... Der den Kognak vergraben hat? Nein. Der kam von... Vor ihm. Ein cooler Erfinder und Zombiemacher. Und glaube mir, diese Maschine ist viel nützlicher als ein einfaches Fasskognak. Ich bin verwirrt. Wie viele Friedhofswärter gab es? Das ist ein echter Schatz, Mann. Damit kannst du sogar nach Hause zurückkehren. Grabe schnell aus. Friedhofswärter, halte ein. Verdammt, bis später im Keller. Nur Landbesitzer dürfen auf den Ländereien des Dorfes graben. Außerdem ist alles auf den Ländereien des Dorfes allgemeinbesitz. Hm. Hör mal. Wie wäre es mit... Tut mir leid. Aber du bist zu arm, um mich zu bestechen. Na, wenn du wüsstest, Junge. Na, toll. Ah. Hm. Immer dasselbe. Da findet man was Tolles und dann... Ja. Alles wird da von einem genommen. Das ist so furchtbar. Aha. Aha. Aber den Rest behalte ich. Den ich auch noch ausgebuddelt habe hier. Ja. Immer dasselbe. Immer diese Leute hier. Schlimm ist das. So. Ach, guck mal. Wir können doch unser Geld mitnehmen. Ja, war jetzt nicht so viel, weil wir, glaube ich, keine Meißel mehr hatten für unseren Kollegen hier. Der die ganzen Meißel-Geschichten hier gemacht hat. Aber na ja. Das ist ja nicht so schlimm. So, was ist mit dir los? Warum baust du kein... Warum baust du nichts? Was fehlt? Wasser. Aha. Dann machen wir das doch. Wasser ist ja nun nicht das Problem. Achso, nee. Hier an der Pumpe. Ja. 250 sollte erstmal reichen. Dann sollte er erstmal genug Bier bauen können. Oder viel mehr brauen können. Doink. So. Auf geht's, Dude. Da nehme ich mal die 10 hier mit. Und schau mal kurz. Hatte ich jetzt eigentlich schon genug anderen Stuff da wieder hochgebracht? Ja, scheint so, ne? Ja, ich mache das mal hier so rein. Ah, ja. Jetzt weiß ich wieder, was wir von Schlange wollten. Ja, aber dann machen wir jetzt erstmal das Damanzener Schwert. Benutzen wir das halt erstmal selbst. Ja. Haben wir das jetzt direkt ausgerüstet? Gut, ja. Gut. So. Dann gucken wir, dass wir hier das Eisenerz auch noch verprügelt kriegen. Und schauen, dass wir da vielleicht noch ein paar Goldnuggets mit rausbekommen. Goldnuggets wären echt cool. Möchte auch nicht so ganz, ne? Naja. Naja, gut. Ist ja nicht schlimm. Wir kriegen da schon irgendwie hin. So. Hier mache ich das Holz noch rein. Warum auch immer. Es ist einfach egal jetzt mittlerweile. Und dann baue ich hier noch ein paar Eisenmeißel, weil ich es kann. So. Ah. Ich glaube, die Sounds sind auch zum Teil neu. Was ich sehr schön finde. Ah ja. Ist auch wieder bei. Schön. So. Jetzt ist der Inquisitor wieder da. Okay, dann machen wir doch direkt mal folgendes. Wir nehmen einmal Honig mit. Wir nehmen fünf Burger mit. Und die zehn Biere. Und dann schlafen wir nochmal eine Runde. Damit wir den Tag auch ein bisschen vergehen lassen. Ja, das mit dem Schwert ist jetzt doof gelaufen. Ja, 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 ja. Das hätte besser sein können. Aber wir machen jetzt auch direkt einmal eine weitere Feier hier. Ja, die Zutaten habe ich einfach mitgenommen, damit ich sie direkt wieder auffüllen kann. Ohne, dass ich hier großartig lange fackeln muss. Das finde ich eine gute Methodik. Aber die sind ja noch gar nicht da. Ach, Mensch, Leute. Genau. Anscheinend ist alles bereit. Jetzt trabt mal an hier, ihr Nasen. So, in der Zwischenzeit mache ich hier noch ein bisschen die Flä... Jetzt ist meine Schaufel kaputt. Nooo. So ein Mist. Das kann doch nicht sein. Jetzt hat denn die Schaufel kaputt. Puh. Alles bereit für die nächste Verbrennung. Ja. Und da ist er auch schon. Jetzt auch noch mal ein bisschen Geld. Vielleicht finde ich, dass ich das hier ein bisschen besser aufbaue. Genau, das haben wir jetzt auch alles schon. Oh ja, zwei Stück bitte. Das macht ein anderer gesprochen. Definitiv. So. Alles klar. 33. Silber. Burger platziert. Können wir das noch mal machen? Nee. Okay. Da müssen wir jetzt eine Woche warten. Aber das ist nicht schlimm. Das ist in Ordnung. Ich muss jetzt erst mal meine Schaufel reparieren. Frechheit. Einfach meine Schaufel kaputt gegangen, ey. Sowas aber auch. Nee, nee, nee. So, dann hoffe ich mal, dass ich noch den Schleifstein genug habe. Ja, doch. So. Rostige Axt. Ja, was ich mit der mache, weiß ich auch noch nicht. Weil im Prinzip... Im Prinzip kann ich die ja weghauen. Aber ich meine... Weil die müsse ja hier, das dürften ja zweimal die gleichen sein. Ja, genau. Okay. Dann haben wir jetzt noch irgendwas. Genau, eine Zwiebel haben wir, glaube ich, noch. Genau. Aber kein Brot mehr und auch kein Fleisch mehr. Das heißt also, ich mache mal nochmal Teig. Einmal darf ich noch. Und ich mache dann auch nochmal Brot. Aber Fleisch habe ich ja sowieso nicht mehr. Ja, da fällt mir ein, den Teig. Den kann ich dann erstmal hier mit reinschmeißen. Ach, Gebäckteig. Und... Mhm, okay. So. Ich nehme mal die mit. Aus einem gewissen Grund. Und zwar kann ich die zum Angeln verwenden. So. Wir reden jetzt aber erstmal nochmal mit Gary. Denn vom Inquisitor wollte ich jetzt eh nichts mehr. Vom Astrologen brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr. Gut. So, das bedeutet, ich spreche nochmal mit ihm hier. Wegen der Maschine. Ich hab's. Kauf einfach ein wenig Land und baue eine Taverne. Eine Taverne? Warum kein Riesenpalast? Die Taverne ist doch nur ein... Zum Schein, dummärchen. Wir heben den Keller aus und benutzen die Maschine. Außerdem kannst du damit ein wenig Geld machen. Wissen von der Maschine und Geld von der Taverne. Und was springt für dich dabei raus? Nichts? Das glaube ich kaum. Nun, vielleicht erzählt uns die Maschine etwas über meine Vergangenheit. Okay. Gut. Und dann fragen wir mal Horadric, ob wir nicht eine Taverne erbauen können. Ja. Ja, das ist sehr, sehr praktisch, wenn wir jetzt hier die Automatisierung und so weiter überall schon mal so weit eingestellt haben, dass das hier auch wirklich alles automatisch läuft. Das ist natürlich wirklich ganz gut. So. Aber. Wir schauen mal, dass wir hier eine Taverne gebaut bekommen. Ne eigene Taverne. Das ist doch cool. Ich finde das schön. So. Hör mal. Hey. Willst du mir nicht ein Stück Land verkaufen? Klar doch. Mal sehen. Steuern, Gebühren, Servicezuschlag. Das wären dann 9682 Gold, 54 Münze und 11 Kupfer. Du machst Witze, oder? Das ist das Gesetz. Aber ich kann dir einen kostenlosen Ratschlag geben. Kaufe das Land im Namen eines armen alten Dorfbewohners. Das gibt dann einen festen Rabatt. Jemand wie Digo. Digo. Okay. Ja. Dann fragen wir mal Digo, was abgeht. Ja, ja. Die Bürokratie war schon damals im Mittelalter schwierig, schwierig. Aber wir kriegen das noch geregelt. Denn Digo ist ja bestimmt noch draußen. Und wenn ich ihm jetzt noch ein, zwei Hanfsamen abnehme, dann wird er doch hier Best Friend mit mir sein. Wegen dem Grundstück. Kuchen. Kuchen. Musst du mal versuchen. Digo, es macht dir doch nichts aus, wenn ich in deinem Namen ein Stück Land kaufe, oder? Kuchen. Kuchen. Musst du mal versuchen. Ich will dort eine Taverne bauen. Kuchen. Kuchen. Musst du mal versuchen. Nee, macht dir offensichtlich nichts aus. Okay. Alles klar. Ja, siehst du, damit haben wir das doch schon geklärt. Wenn der Kuchen möchte, dann dafür, dann passt das. Dann mal ein paar Punkte hier mitnehmen. Das funktioniert ganz gut mit den Dingern. Das Gute ist, dass Horadric, glaube ich, jederzeit in der Taverne ist, weil die Taverne ja ein 24-7-Business ist. Voll das Business. So. Kann ich ein Grundstück in Digos Namen kaufen? Na klar, sag mir es. Er ist doch körperlich fit und gut gelaunt, oder? Ja, was seinen Geisteszustand angeht. Armer alter Digo. Wenn du nur wüsstest. Auch egal. Das Grundstück kostet 30 Silber. Bitteschön. Ach ja, wer kann mir eigentlich dabei helfen, eine Taverne zu bauen? Was? Du willst mein Konkurrent werden? Das ist... Keine Sorge. Ist nur eine hypothetische Frage. Corey und sein Bruder Tres. Das sind unsere Spezialisten. Dankeschön. Ciao. Ja, das natürlich. Ja, also... Ich sag mal so, rein hypothetisch. Ich will ja eine Taverne... Also, wenn man jetzt eine Taverne bauen würde, ne? Also... Unwahrscheinlicherweise, ne? Dann, was müssen wir dann machen, ne? Corey. Wegen dem Bau der Taverne. Willkommen bei Corey und Bruder. Leider können wir dieses Jahr keine weiteren Aufträge annehmen. Der Königliche Rat hat uns angeheuert, eine Scheune zu bauen. Und das dauert ein ganzes Jahr? Nö, das schaffen wir in drei Stunden. Aber die Bürokratie und unsere Zulieferer sind lahme Kröten. Da muss ich doch was tun können. Okay, ich werde euer Lieferant, dann können wir die Scheune viel schneller bauen. Ja, das ist doch viel besser. Und danach bezahle ich euch, eine neue Taverne zu bauen. Abgemacht. Mal sehen, wir brauchen zwölf einfache Eisestücke und zwölf Holzbretter. Wow. Ja, nee, ist klar. Oh, und natürlich zwölf Nägel. Ja. Nun, das wird ein Weilchen dauern. Nee. Not really. Das mache ich in einem Tag fertig. So. Holzbretter, Nägel. Ja, Holzbretter habe ich noch genug. Nägel kann ich mir mit einmal bauen. Und Eisenstücke baue ich mir dann mit zwei Metallwarren. Ja. Mehr ist das ja auch nicht. Gut. Dann mal los. Dann... ...hauen wir da mal durch. Ja. So einfach ist das manchmal. Zwölf Holzbretter und die paar Nägel. Das sah nix. Oh. Guck mal, wir können hier ein bisschen was... Achso, ja stimmt. Von Dego wollte ich eigentlich noch ein paar Samen mitnehmen. Aber... Na gut. Hat sich jetzt, glaube ich, erledigt. Ich bin zu weit weg, als dass ich das jetzt machen könnte. Aber das macht nichts. Wir machen das einfach so. Den Hanf packen wir hier rein. Zack. Und den Rest packen wir hier rein. Zack, zack. So. Ja, so. Die Holzbretter, die hatten wir ja hier reingeschmissen. Da nehmen wir direkt mal alle mit. Und dann basteln wir uns noch ein paar Nägel. Ist ja nicht so, dass ich genug Platz habe, um... Oder genug Eisen habe, um mir nicht ein paar mehr Nägel zu bauen, als ich eigentlich bräuchte. Das gleiche mache ich mal mit den Eisenstücken. Und... Wie man hört, gibt es auch hier neue Sounds. Das ist schön. Das gefällt mir. Neue Sounds mit reingebracht. Denn nicht nur... Also, es ist auch ein neues DLC rausgekommen. Das... Stranger Sins ist noch das alte DLC. Und... Nicht nur, dass sie das neue DLC rausgebracht haben. Nein, sie haben auch quasi ein bisschen... Das ganze Spiel poliert. Und das finde ich gut. Finde ich schön, dass sie das machen. So. Ja, guck mal. Das ist doch schön hier. Wir bauen alle so ein bisschen vor sich hin. Ja. Ich brauche noch einen neuen. Also, ich brauche da noch einen. Aber wir müssen jetzt auch erst mal gucken, dass wir die Taverne fertig kriegen. Das ist, denke ich mal, der nächste Punkt. Und... Cory und Bruder. Ach, guck mal. Ich kann mir vielleicht noch ein bisschen Stöckchen mitnehmen. Ich weiß gar nicht. Kriegt man Stöckchen eigentlich auch aus Holzstämmen gesägt? Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht. Ja. Naja, egal. Weil wir können ja nicht genug Meißel haben, nicht? Und wir können auch... Ich glaube, hier kriegt man auch Stöckchen raus, ne? Yes. Dann klopfen wir die auch mal kurz weg hier. Die wachsen ja dann nach. Hoffentlich. So, dann haben wir jetzt erst mal ein paar Stöckchen noch gesammelt. Und dann geht das einen Gang. Ach, guck mal. Hier können wir ganz viele Stöckchen noch bekommen. So, Cory und Partner. Erst mal die Eisenteile. Bitteschön. Holzbretter. Ich liebe diesen Geräusch vom Fischenholz am Hagen. Und nochmal Nägel. Ein Dutzend langer gerade Nägel. Perfekt. Du hast uns auch sehr geholfen, mein Freund. Warte hier morgen auf mich. Okay. So. In der Fall gehe ich mal zu Trees. Und gucke mal, ob der noch ein paar Sachen braucht. Da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Ja, denn der ist ja auch noch... Oh, ist das Trees hier oben oder ist das hier nur der Holzfäller? Ah ja, das ist nur der Holzfäller. Okay. Trees ist wahrscheinlich hier unten der Kollege, der an der Sägemühle steht. Ja. Trees. Ach so. Immer gut. Guck mal, da könnte ich mir auch was kaufen. Ja. Ist ja Quatsch eigentlich. Ja, nö. Dann würde ich sagen, können wir wieder zurückgehen. Dann haben wir ja den Tag hier auch schon mal mit ihm hier durchexorziert. Und nehmen noch ein paar Stöcker mit. Weil wir das so können. Das finde ich äußerst praktisch. Denn auch diese Stöcker werden uns gute Meißel werden und dementsprechend sehr viel Geld bieten. So. Und die Taverne wird dann wahrscheinlich oder ich hoffe mal in den nächsten paar Tagen dann auch fertig sein. So. So, ich müsste noch mal irgendwie an Gold kommen. Da weiß ich noch gar nicht so genau, wie ich da rankomme. Denn, ja, wobei, na gut. Dazu bräuchte ich wahrscheinlich den Perk Goldgeruch. Der, ach nee, hier war der, glaube ich, ne? Nee, der war hier. Goldgeruch. Dazu bräuchte ich ein bisschen mehr, ja, Theologie-Punkte. Na gut. Mal gucken. So, das könnte man machen. Nee, aber das ist ja auch Quatsch eigentlich, ne? So, hier bin ich durch. Genau. Ja, das würde ich gerne machen. Papierherstellung. Das wäre noch was. Das wäre noch was Schönes. Papierpresse und Bücherregal. Ganze Kram. Geruch des Glaubens. Könnte man eigentlich auch mal machen, ne? Mal gucken, wie der Weihrauch so funktioniert. Ich schalte das mal frei. So, ansonsten haben wir hier ja auch nur diese ganzen Sachen mit Theologie, ne? Ja, also wir brauchen sehr, sehr viel Theologie-Punkte noch, damit wir da weiterkommen. So, aber das macht auch nichts. Das kriegen wir auch noch alles hin. Mensch. Ach, guck mal. Brot ist fertig. Ach so, kann ich... Das passt hier gar nicht, äh, ja. Hm. Gut. Dann nehme ich mal das Wasser raus, packe das Brot rein. Und... Ach so, genau. Ich kann auch noch mal den ganzen Stuff hier irgendwie beiseite legen. So, genau. Die Stöcker... Ach, guck mal. Haben wir jetzt echt viele Stöcker gemacht. Dann können wir noch mal echt viele Meißel machen. Ja, 13 Stück. Mensch. 13 Stück. Ein Träumchen. Ja. Ist halt alles ein bisschen... Aber gut, danke. Dann haben wir erstmal wieder genug von den, äh, von den Sachen, die wir brauchen. Denn... Durch 13... Also durch 13 Meißel musst du erstmal durcharbeiten. Also das dauert eine Weile. Das sollte eigentlich bis zum nächsten Händler ganz gut funktionieren. So. So. Haben wir hier nochmal drei weitere... Und dann können wir auch mal kurz pennen gehen. Ja. Unser Kollege schafft ja auch immer fleißig den Wein und so weiter runter. So. Muss ich kurz gucken, ob ich den perfekten Wein auch so standardmäßig herstelle. Aber ich glaube... Nicht. Okay. Wobei, mir ist aufgefallen, ähm... Ich hätte gerne zumindest einmal selber Wein hergestellt. So. Denn... Achso, wie viel Traubensaft braucht man dafür? Ah, okay. Ja. Zwei Stück. Ja, komm. Mach mir zweimal den hochstufigen und dann... ... geht das. So. Auch wenn das... Auch wenn das nicht sinnvoll ist, oder? Ja. Ist jetzt egal. Ich möchte das einmal... ... so machen. So. Der Rest... ... wird dann aber... ... hier passieren. Das wird unendlich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den Rest auch unendlich machen möchte, weil... ... es könnte ein bisschen voll werden hier unten. Aber naja. So. Hauptsache, das Bier läuft. So. Dann hätten wir auch das schon mal geklärt. Wie viel... Oh, Weihrauch. Dazu brauchen wir Lufterfrischer. Ah. Okay. Alchemitisch Stufe 1. So. Davon haben wir leider... ... komplett nicht genug. Sehr schade an der Stelle. Na gut. Macht nichts. So. Lufterfrischer. Da gucke ich doch gleich noch mal nach... ... Luft. Frischer. Da haben wir ihn. So. Dann gucken wir mal kurz. Ja. Na komm. Ordnungslösung und Öl. Aha. Na gut. Das ist natürlich auch schwierig. Weil da ist ja dann schon wieder Öl mit drin. Na ja. Also... Einmal... ... das ganz normale Öl. Und einmal die Ordnungslösung. Ja. Dann haben wir hier den Lufterfrischer. Den können wir wahrscheinlich auch direkt... Ne. Können wir nicht... ...verwerten für sowas. Okay. Stellen wir jetzt aber einfach mal den Weihrauch her. Weil ich will einfach mal gucken, wie das so... ... aussieht. Kann ich den dann erforschen? Ja. Ja. Weihrauch geht. Und der gibt sogar Theologie-Punkte auch. Sehr schön. Und gar nicht mal so wenig. Ein paar zumindest. Naja. So. Und dann können wir hier nämlich einmal kurz gucken, wie das eigentlich mit der Weihrauch-Schale ist. Räuchergefäß. Eieiei. Der ist ja richtig... Das ist ja teuer. Also vier polierte Steine und vier einfache Eisenstücke. Okay. Gut. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Zum Kombo-Gebet haben wir irgendwelche Kerzen. Leider nicht. Wir haben nur Weihrauch. Aber wie gesagt, auch da ist jetzt wieder die Frage, ob man wieder Öl für braucht. Müsste ich mir eigentlich noch ein paar Leichen beschaffen. So. Hä? Was war das jetzt? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Warum habe ich ihm zu wenig Glauben bekommen? Oder kann man nur eine maximale Anzahl... Ne, ich habe mehr Glauben bekommen, als da stand, oder? Kann nicht sein, dass ich nur so ein bisschen Glauben... Ne. Ne. Ne, ne. So. Das Weihräuchergedönse. So, vier polierte Steine und ein paar Eisenstücke. Einfache sogar. Und gucken wir mal, was da so kommt. Ja, das interessiert mich jetzt doch sehr. Und bevor meine ganzen Meißel hier wieder weggeklopft wurden. Also ich könnte das auch mit Politurpaste machen. Aber, äh, die Sache ist halt die... Vier waren das, ne? Genau. Bevor ich da jetzt irgendwas... ...falsch mache. Warum arbeitet der nicht? Er sagt jetzt, ich habe keinen Marmor mehr. Das wäre krass. Ah. Ne. Stimmt gar nicht. Ne, ich habe tatsächlich keinen Marmor mehr. Hohoho. Der hat das ganze Marmor weggeballert. Ah. Und ich denke immer, ich habe keine Meißel. Ne, ne. Ich habe einfach keinen Marmor mehr. Oh gut. So ist das halt manchmal, ne? Ah ne, komm. Dann mache ich noch ein paar einfache Eisenstücke. Ja. Ordentlich welche. Wenn ich schon dabei bin, nicht wahr? So, ich will nämlich gucken, ob das Räuchergefäß sozusagen an der gleichen Stelle steht, wo auch die anderen Sachen stehen. Denn dann wäre ja tatsächlich fraglich, ob man dann Kerzenständer oder lieber das Räuchergefäß haben möchte. Aber wir gucken mal. Ah ja. Deswegen ist hier nämlich einmal Platz. Das heißt also, da könnte man dann die Räuchergefäße hinstellen. Das bringt aber momentan auch nur einen Punkt hier an der Stelle. Deswegen werde ich davon noch absehen. Das ist der Hintergrund. Okay. Das heißt also, man wird quasi dazu gebracht. Ja, ich packe jetzt erstmal da rein. Das ist okay. Wobei, wenn ich nachher die verbesserten Räuchergefäße hier mache, die Pheromone hier an der Stelle, ne? Da müsste ich dann natürlich mal gucken, Weihrauch 2, wie funktioniert der und wie gut sind diese Räuchergefäße und im Gegensatz zu den Kerzenständer Nummer 3. Das ist nämlich noch die Sache. Das müsste man dann gucken. Aber gut. So, ich gucke mal, ob ich noch rechtzeitig zu dem Kollegen da hinten hinkomme. Ah, das nehme ich auch direkt mal mit, weil das kann ich auch noch gebrauchen. So. Ja, die sind manchmal noch bis so ein bisschen in die Nacht hinein draußen. Deswegen gehe ich hier halt auch nochmal lang und schaue mal nach, ob er noch da ist. unser Corey, denn Corey würde dann ja dementsprechend meine Taverne bauen und ich hätte gerne eine Taverne. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin voll so der Typ, der hier eine Taverne haben möchte. So, hör zu. Wegen der Scheune. Wir sind fertig, Mann. Die Scheune ist fertig. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass du uns 50 Silber zahlst. Dann beginnt die Arbeit an deiner Taverne. Okay. Cool. Corey und Bruder sind wieder im Geschäft. Ruhe dich ein bisschen aus. Dein neues Gebäude ist morgen früh fertig. Wow, das sind richtige Arbeiter. Mensch, ein Träumchen. Zumal es ja sehr, 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 sehr spät schon ist eigentlich. Na ja, dann gucken wir mal, dass wir das neue Gebäude morgen direkt begutachten können. Ich weiß auch gar nicht, welches Land wir jetzt gekauft haben. Aber das werden wir dann ja auch sehen. Ja, wir legen uns direkt mal schlafen. Dann ist Frau Anmut da. Brauchen wir von Frau Anmut noch irgendwas? Ist da noch irgendein Stuff, der wichtig ist? Ich hoffe nicht. So, schnell einmal hinlegen, weil dann sind wir nämlich zum Tageswechsel im Bett. Und was sind denn der Schädel? Okay. Interessantes Achievement. Das kenne ich so noch nicht. Gut. Und dann gucken wir mal. Ah ja, er baut weiter. Genau, da ist eine Marmorlieferung gekommen. So, Fräulein Anmut. Ja, ist jetzt die Frage. Ist das eine Sache, die für uns wichtig ist? Oder ist das eher so eine Sache, die für uns vollkommen egal ist? Ich weiß es nicht. So. Nee. Erstmal, ich gehe erstmal zur alten Taverne. Und dann gucke ich mal, was bei der neuen Taverne so abgeht. So, ah ja, da ist auch schon Freude an Anmut. Denn genau mit der will ich jetzt reden. Oh, jetzt macht sie einen aufhaltig einfach von mir fern. Aha. Hm. Also, sobald sie da steht, bin ich wieder der Süße, ne? Ja, ja. Hallo Süße, wie kann ich dir hilflich sein? Ja, ja, ja. Das ist das, ne? Ach so, ja stimmt. Aristokratenlizenz. Das war eine Sache. Okay. Die will ich mir ja leisten. Und ich bin ja auch auf einem guten Weg. Gut, jetzt bin ich immer noch bei sieben Gold. Na gut. Bei über sieben Gold sind wir immer noch. Schön. Ähm. Wo ist unsere... Taverne? Ist die hier? Ja, die müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Weil... Wir haben ja hier die Maschine gefunden. Deswegen muss ja hier auch die Taverne sein. Ja, genau. Ach, das ist aber eine schöne Taverne, oder? Das nennst du eine Taverne? Heiliger Saat. Das ist ja zu Fremdschämen. Wo ist die Musik? Das Gerede? Die Drinks? Wo ist der coole Schankwirt? Ich hab da gerade mehrere Bewerber und... Okay, du brauchst echt Hilfe. Lass mich die Taverne managen. Deine Aufgabe ist, einen künstlichen Schankwirt aus Holz zu bauen und ihn hier hinzustellen. Okay. Geh an deine Werkbank und mach das. Los, los, spar dir die Fragen. Und mach's schon. Äh, okay, ja. Okay. Ein Schrank mit Artefakten und Tavernentische. Das heißt also, wir nehmen Nägel mit, wir nehmen Holzplanken mit, wir nehmen Holzbalken mit und wir nehmen nochmal Nägel mit. Also wir bringen ganz viel Nägel und ganz viele, ja, ganz viel Zeug im Grundsatz. So. Mein Problem an der Geschichte ist ja, dass ich hier wieder quer durch diese gesamte Stadt laufen muss, damit ich zurück in mein Heim komme. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. Komm, wir machen das hier auch mal sauber. Ganz sicher nicht nur, weil wir hier Platz haben wollen. So, außerdem müssen wir an die Werkbank und dort dann eine schöne Sache bauen. So, und, äh, obwohl, nee, die, die Gemüsekisten, die müsste er ja eigentlich selber bauen, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Ja, dann gucken wir doch mal, ähm, auf zur Werkbank und einmal gucken, was dieser Holzattrappen-Schankwirt so kostet. Schankwirt-Puppe. Ha, guck an. Da haben wir ihn ja schon. So, oh, Theologie-Punkte, das finde ich schön. So, Dude, äh, du schneidest uns mal nochmal einmal Holzbalken zurecht und bitte noch ein paar Holzplanken. So, in der Zwischenzeit mache ich mir selber noch ein paar Nägel. Und dann sollte ich gut ausgerüstet sein für meine zukünftige Taverne. Mensch, ist doch schön. So, der sägt fröhlich vor sich hin. Und hier, ja, das läuft ja alles im Prinzip. Das ist ja alles automatisiert jetzt. Ja, ein Träumchen eigentlich, ne? Also eigentlich, äh, was will man eigentlich mehr, ne? So, achso, okay. Da schneide ich jetzt noch die Bretter zu. Sehr gut. Habe ich die erstmal mit. Und, äh, wie viele Bretter haben wir noch? Naja, zwölf. Naja. Haben wir noch irgendwo anders Bretter? Ja, ich fürchte nicht, weil... Jetzt wären die da, glaube ich, hier noch mit drin. Wenn dann... Und hier war auch nichts, ne? Ne, hier war die ganze Meißel. Ich finde das immer nur witzig für den ganzen Meißeln. So. Ja, ne, dann machen wir folgendes. Wir machen das so, wir legen uns einfach nochmal kurz pennen. Dem Händler müssen wir ja auch nichts mehr großartig beweisen, denke ich. Das ist auch erstmal nicht so wichtig. Ach Gott. Er ist immer noch nicht fertig. Wie viel hat er denn jetzt schon? 16. Okay, jetzt habe ich 2 und... Ah, hm, 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 hm. So. Okay. Na komm. Bau zu jetzt. So. Schön. Nehme ich die jetzt mich auch nochmal mit. Ja, ob die vier Bretter jetzt den Unterschied bringen, das weiß ich nicht. Aber wir werden es erleben. So. Außerdem ist es viel, viel cooler, wenn ich den Typen hier des Nachts durch die Gegend schleppe. Und keiner sieht, dass es nur eine Holzpuppe ist. So. Aber hey. Wir sind gespannt, was passiert. Ah, hier ist gerade niemand, der mich... Eine Wache. Ja, nö. Nichts zu bedenken hier. Das ist alles gut. Alles gut. Ja, ja. So. Ja, bezüglich der Geschichte mit der Taverne und dem ganzen Keller und so weiter. Dazu kommen wir dann später noch. Nicht gerade schön, aber das sollte reichen. Jorik, jetzt bist du dran. Jorik, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Noch mehr Beschwerden. Denk doch mal nach. Er kann rund um die Uhr arbeiten. Flop. Er kennt alle Gerüchte und alles Geschwätz. Und er hat 30 Jahre lang Erfahrung hinter dem Tresen. Bevor er sich selbst mit einem abgelaufenen Cocktail vergiftet hat. Und am besten, er verlangt keinen Lohn. Na, wer ist... Wer ist genial? Hm, das klingt alles sinnvoll. Rede mit ihm. Ich warte auf dich im Tavernenkeller. Ja, äh, okay. Ich heiße dir, neun Schankwit wird willkommen. Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, mit dir zu arbeiten. Kein Gehalt, keine Versicherung, kein Urlaub. Niemals, ich streike. Schönen Tag noch. Er ist so weg. Da du so ein talentierter Schankwit bist, kannst du mir ein bisschen davon erzählen? Na klar, eine Taverne ist ja eine schutzlose, wie eine schutzlose Blume. Ja, es ist deine Pflicht, dich darum zu kümmern, wie dein eigenes Kind. Also denk dran. Es gibt keine, äh, es gibt eine Küche und einen Lagerraum im Keller. Ja, Alkohol wird auf Paletten gelagert. Wir verkaufen rund um die Uhr Alkohol. Wir müssen sicherstellen, dass er uns nicht ausgeht. Klingt vernünftig. Kunden kaufen Alkohol und haben Spaß. Aber sie mögen gute Tavernen. Also je höher die Tavernenqualität, umso mehr Kunden hast du. Und je mehr Kunden, umso mehr Geld. Oh, ich freue mich bereits auf die Volltrunkenen, das wilde Geschrei, die Prügeleien. Es wird großartig. Um anzufangen, stelle etwas Bier auf die Paletten. Okay, das machen wir. Aber vorher machen wir erstmal ein paar Tavernentische. Kann man die, oh, cool. Man kann die so ein bisschen stylisch hinstellen. Und das machen wir auch mal. So, ich glaube jetzt habe ich zweimal die gleichen gebaut. So, und dann ein Artefaktschrank. Okay. So. Das da oben ist der Artefaktschrank. Habe ich das gerade richtig gemerkt? Wähle eine Ressource. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich da für Artefakte reinschmeißen kann. Oh, ah, okay. Ein Kistenregal. Ah, ich habe keine Holzplanken mehr dafür. Schade. Ah, aber hier kann ich ein paar Sachen machen. Oh, und hier, ah, das ist ein Profi-Ofen. Ah, okay. Hier kann ich halt den coolen Stuff braten und so. Auch schön kochen. Ah ja, okay. Interessant. So, was haben wir hier? Wegen der Maschine. Und jetzt soll ich die Wand einreißen, um die Maschine zu befreien. Du kannst Gedanken lesen, Mann. Okay. Dann machen wir das doch. Da muss irgendwo ein Knopf sein. Drücke ihn. Oh, okay. Da ist ein Skelett. Ignorier ihn. Muss der Friedhofswärter sein. Du weißt, wie man dieses Gerät benutzt? Der alte Wärter hat mich nicht mal in seine Nähe gelassen. Da muss irgendwo eine Anleitung geben. Da ist sie. Oh, er hat es geliebt, Anleitungen zu schreiben. Sie funktioniert. Wir müssen nur ein Artefakt in diese Öffnung stecken. Und wir werden eine Szene aus der Vergangenheit sehen können. Ein Artefakt? Das wird langsam echt kompliziert. Es gibt bestimmt eine Liste von Artefakten in der Anleitung. Ach, übrigens führt die falsche Reihenfolge von Artefakten zum Weltuntergang. Und hier ist die komplette Liste. Der alte Wärter hat die ganze Vorarbeit geleistet. Da steht, zuerst kommt die Statue des uralten Gottes. Und die Maschine sagt, mal sehen, Eigentümer der Statue Horadric. Ich bin total verwirrt. Um es dir zu vereinfachen. Hol dir die Statue von Horadric und bring sie hierher. Und denk dran, die Leiche zu beseitigen. Mann, wer ist hier eigentlich der Wärter? Du oder ich? Naja, du hast mich die ganze Zeit voll gelabert. Gut. Was kann man hier jetzt machen? Ah, okay. Ah. Mhm, mhm, mhm. So, wo geht das hin? Oh, sag mir bitte, dass ich hier jetzt direkt in unseren Keller komme. Oh yeah, das ist cool. Yes. Wir haben unseren Shortcut zu unserer Taverne. Sehr gut. Das ist schon mal viel wert. So, dann werden wir doch direkt mal diesen Kollegen hier verarbeiten. Und vielleicht auferstehen lassen. Das weiß ich noch nicht. Denn ich kann bestimmt noch ein paar gute Arbeiter gebrauchen. Uh, das ist aber gut. Warum hat er zwei Gehirne? Und warum hat er keine? Hm. Na gut. Knochen entfernen kann man trotzdem noch. Seltsam. Naja. Dann werden wir ihn mal wieder beleben. Ach so, genau. Noch schnell beeilen, dass wir hier auch noch den einen Zombiesaft, den wir brauchen, bekommen. Davon hatten wir ja genug hergestellt. Und dann haben wir es. Mal gucken, ob ich dann den Met in meiner Geschichte hier benutzen kann. Wiederbeleben. Sehr schön. So, du kommst mal her. Ich nehme dich mal mit nach vorne. Es ist jetzt die Frage, ob man hier quasi auch einen Zombie einstellen kann, der quasi die Paletten von... Ah ja. Da ist er ja schon. Ha. Das ist ein Träumchen. Ha ha. Ja. Jetzt brauche ich nur noch Paletten, ne? Ja, das ist das Problem. Egal. Ich säge mir mal noch mal ein paar von meinem Zombie. Lass mir noch ein paar Sachen hier zusammensägen. Ein paar Holzplanken. Da kommen noch mal 30 Stück. 32 Stück. Das läuft. So, und dann mache ich mir noch ein paar Nägel. Und dann haben wir auch das. Mensch. So. Während der hier vor sich hin sägt, würde ich jetzt noch einmal ganz kurz ein bisschen hier oben den Bienenwachs sammeln. Denn auch der ist durchaus wichtig. Ich bin gespannt, ob es hier auch Neuerungen gibt. Zum Beispiel bei der Geschichte. Oh, guck mal. Ach nee, das kann ich gar nicht weg machen. Schade. Bei der Imkerei. Würde mich ja mal interessieren, ob man auch das mittlerweile ohne Probleme automatisieren kann. Kann man offenbar nicht. Na gut. Ist aber auch nicht schlimm. Denn ich glaube, irgendwann wird das eh nicht der Punkt sein. Ja, wobei doch. Kerzen werden ja immer mit Bienenwachs funktionieren müssen. Ich habe noch keine Möglichkeit, Honig in Bienenwachs zu verwandeln. Denn das ist leider nicht möglich momentan. Weil wenn ich das könnte, dann wäre das alles überhaupt kein Thema. Und dann würde ich ja einfach sagen, ach komm, ich mache ganz viel Bienenwachs aus Honig. Geht aber noch nicht. So, was aber hoffentlich geht, ist, dass ich schön lecker Bier und so weiter rüberbringen kann. Und dass meine, genau, meine Geschichten hier auch fertig sind. So. Genau, 24 Bretter nehme ich erstmal schon mal mit. Und dann kann ich vielleicht auch nochmal ein bisschen die Metalle hier zerlegen. Wenn ich schon mal dabei bin, dass ich eh auf Sachen warte. In der Hoffnung, dass hier vielleicht ein bisschen Gold drin ist. Aber auch diesmal eher Enttäuschung. Dam, dam, dam. Naja, so ist das eben. So, er ist fertig mit dem Rumsägen. Ich mache mal die Stöckchen hier auch rein. Kurze Frage, kannst du auch Stöckchen machen? Ne, kann er nicht. Okay, gut. So, beim Händler wollten wir eigentlich gar nicht so viel Sachen machen. Deswegen rennen wir einfach schnell rüber und bauen ein paar Paletten auf. Ne. Auch da kann man grundsätzlich Paletten aufbauen. Aber ich möchte gerne hier in meiner Taverne die Paletten aufbauen. Das ist ja die gute Sache, dass man hier alles so ein bisschen automatisieren kann. So. Was haben wir hier? Achso. Kann man direkt verlassen. Und hier kann ich jetzt... Ah, ich brauche so eine Dinger auch. Ein Kistenregal. Gut. Ich brauche also noch vier Balken. Also brauchen wir quasi noch viel mehr Balken. Denn hier haben noch zwei hingepasst. Definitiv. So. Oh. Sogar schon ein bisschen was drin. Rotwein. Aha. Mach bitte Platz. Ah. Okay. Also man kann die sogar... Hm. Interessant. Noch ein Tavernetisch passt hier aber nicht hin. Okay. Ach, Moment mal. Was ist denn das hier? Ah. Man kann sogar ein Friedhofsfest veranstalten. Na ja. Das ist ja auch mal was Interessantes. Vier. Okay. Okay. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich mir nochmal ein paar Holzbretter. Also diese anderen Holzbretter, die wir haben. Ja, genau. Und dann brauche ich Dichtel auch gleich hier. Ja, ja. Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was wir vom Händler wollten. Nämlich noch Diamanten. Aber na ja, gut. Das ist jetzt nebensächlich. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Und jetzt macht es tatsächlich auch Sinn, den und den Rotwein auch immer schön herzustellen. So. Träumchen ist das. So, Dude. Du machst ein bisschen... Nee, kannst du gar nicht. Okay. Machen wir mal ein paar komplexe Eisenstücke hier. Doink, doink, doink. So, dann schmeißen wir die mal. Nee, eigentlich müssen die jetzt so ein bisschen Sortierung, muss ich aber noch haben, ne? So komplexe Eisenstücke. Ja, die müssen da rein, weil sonst kann der nicht drauf zugreifen hier. Unser Kollege Säge-Zombie-Mann. Säge-Zombie-Mann. Ja, wer kennt ihn nicht? Den guten alten Säge-Zombie-Mann. So, ich mach mir mal nochmal zwei Nägel. Und dann würde ich ihm hier gerne nochmal ein paar Holzplanken mit auf den Weg geben. Denn auch die sind noch gefordert. So. Ja, fällt mir noch irgendwas ein? Nee, erst mal nicht. Erst mal mach ich das so. Ich mach mal hier das Schwert raus und pack das mal da rein. Und dann geht's nochmal runter zu unserem Schlangenhans. Also Schlange. Und dann geben wir dem nochmal das Schwert der Schwerter. Oh ja. Das wird spannend. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ob er jetzt ein richtiges, ordentliches Ritual hier vollführen kann. Das Damasciner-Schwert. Das ist ein schicke Schwert. Und dein Timing ist perfekt. War nur Spaß. Ich folge dir schon eine Weile. Und ja, mir ist bewusst, dass du das Schwert hast. Das ist mein Gefolge. Sie haben sich hier versammelt, um Zeugen meiner Macht zu sein. Ist das echtes Blut? Das ist hier ganz schön unheimlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Ja, ich glaub, du hast recht. Also muss ich dich mit diesem Schwert töten. Und dann kehrst du von den Toten zurück. Wow. Wie hat Schlange das nur angestellt. Es muss so mächtig sein. Wir sollten ihn anbeten. Das ist gar nicht in Ordnung. Oh. Letzte von meiner Macht. Überleben und den Tod. Das sind nur leere Worte. Folgt mir und ihr werdet unsterblich. Aua. Das ist aber gar nicht nett. Du bist tot. Hm. Ich muss zu Schlange zurückkehren. Aber wirklich. Ich muss mal ein ernstes Wort mit ihm reden. Das ist ja furchtbar hier. Also das ist ja. Also Freund Blase. Das finde ich jetzt echt nicht in Ordnung, dass du das einfach so hier entscheidest, dass ich da jetzt einfach so umfalle und tot und so. Mensch. Dude. Hör mal. Und deswegen haben die euch belogen. Aber ich werde euch nie belügen. Nach dem dunklen Ritual werden wir sie alle unterwerfen. Da ist er. Er ist am Leben. Er ist unsterblich. Seht hier. Mein erster Gefolgsmann. Jetzt geht nach Hause und erwartet meine Befehle. Mein Leben wird nie mehr das Alte sein. Heilschlange. Müssen wir jetzt immer noch zur Kirche? Er hat recht. Diese Stadt braucht verteidigen Veränderungen. Die war so dramatisch. Achso. Sind wir fertig? Klar. Ich muss nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Aber ich bin dein Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann. So, letzte Vorbereitung bedeutet wahrscheinlich, bis zur nächsten Woche warten. Naja, okay. Ist ja nicht schlimm. Ach, guck mal. Da fällt mir auf, wir haben gerade unseren eigenen Wein auch schon fertig. Den muss ich noch einsammeln. Und dann kriege ich nämlich meinen schönen Winzererfolg, den ich schon so lange herbeisehne. So. Auf geht's mit dir. Wir brauchen Wein. So. Hier ist genug Wein drin. Hier ist Getreide. Auf geht's. Braue Bier. So braue er das Bier. Ja, er fängt an. Okay. Gut. So. Nachdem wir das jetzt auch geklärt haben mit Schlange, würde ich sagen, hole ich mir mal den ganzen Holzkram, den ich mir hier noch so zusammen habe sägen lassen und gehe mal wieder zur Taverne. Vorher gehe ich aber nochmal pennen und wünsche euch natürlich einen traumhaften Tag. Abend, wenn wir noch mehr da schaut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. So weit wie ich jetzt bin. Und lasst gerne ein Like da, wenn euch das gefällt. Und auch gerne ein Abo, damit ihr wisst, wie es hier weitergeht. Und warum ist Schlange hier? Musst du wirklich jedes Mal sagen, wie erfrischt du dich fühlst? Äh, was machst du hier? Wir haben ein Riesenproblem. Ein berühmter Vampirjäger ist auf dem Weg zu deinem Friedhof. Und er wird mich umbringen und deine Kirche vermutlich niederbrennen. Warum bist du von einem Vampirjäger gejagt? Ich bin bei der Demonstration meiner Macht über Leben und Tod wohl ein wenig zu weit gegangen. Und einer meiner Kultisten war dumm und geschwätzig. Es ist echt schwierig, heutzutage gute Leute zu finden. Was machen wir jetzt? Wir müssen in der Nähe des Hexenhügels auf dem Weg zum Friedhof eine Falle vorbereiten. Wir lassen es wie ein Unfall aussehen. Ich habe im Modell in der Stadt schon eine Ablenkung für ihn vorbereitet. Also haben wir ein wenig Zeit. Aber nicht viel. Ich erwarte dich am Hexenhügeln gleich über der Straße. Okay, das war jetzt unerwartet. Er hat sich übrigens darüber aufgeregt, dass mein Kollege ja mal gesagt hat, dass er erfrischt ist. Ja, gut, das wusste ich jetzt nicht, dass da jetzt sowas noch kommt. Ich wünsche euch dennoch einen traumhaften Tag, wenn man noch mehr da schaut. Und dann wirklich jetzt bis zum nächsten Mal.